Dann hast du jetzt vollen Zugriff auf die ganze Anlage. Durfte die Zentrifuge sein. Ob Sturm oder nicht, wir gehen darüber. Kein gutes Zeichen. Ein Condor-Brack. Hey, Barrett. Hast du zufällig mein Condor verloren? Eigentlich mehrere, während ich Waffen zu einem gewissen, wüsten Freund von mir geschleust habe. Nehmt, was ihr findet. Äh, okay. Verstanden. Okay, öffne das hier. Mach das für mich auf, Kumpel. Unglaublich, dass Barrett ein Waffen schwunger ist. Du kannst dir nicht vorstellen, dass Barrett etwas Geheimes getan hat? Echt jetzt? Ja, gut, wenn du das so sagst. Jack, mach den Safe-Filmes auf, Kumpel. Sieht wohl so aus, als müssten wir den Sturm durchqueren. Vereilen wir uns. Sind noch keinem Schwarm begegnet, das ist ein gutes Zeichen. Erwarte nicht zu viel nach Paddocks Bürgerkrieg und bei dem Wetter könnten sie überall sein. Ja, gut, dass man so sich beim Schweren ab die Gefühle macht. Ich schweig mal, weil ich euch nicht hier spiele aus dem Weg kam. Ich mache einen Schweren zu können, wie er hat sie gehört. Nein, ich mache mich nicht mehr. Ich mache euch nicht mehr. Ich mache dich aber doch nicht, ich mache es ein gutes Zeichen. Ich mache euch nicht mehr. Ja, das ist es aber auch. Ich mache euch nicht mehr Leute. Ich mache euch immer crow데cke. Da ist er und da ist eine Pasion. Na los, erledigen wir die Arschlöcher. Komm schon! Der ist tot! Rackle! Rackle! Erledigen wir den Sion! Rackle! Hopp! Franka, warte! Oh. Der Wort hat ne Macke! Kümmert euch um ihn! Jack, weg! Mirko, weg! Die. Jou-jou-jou. Schockfalle! Okay, alle Sparmärsche gesäubert. Ich weiß, wie das gerade klang. Ja, wir sollten einfach weiter. Okay, das wäre nett. Hab sie. Hey, nice gearhole. Wow. Wow. Und schalen Raumanzüge? Wie fortschrittlich war das Programm der UUR? So? 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 Okay, alle Ausgänge sind versperrt. Was jetzt? Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ich bin mit dir, Jack. Ah, Piers. Na los, hier drüben ist ein Ausgang. Tja, nicht jeder Dibi ist gegen uns. Mir nach, wir können hier durch. Achtung! Da ist es, sind fast beim Zentrifugengebäude. Moment, ein Nachzügler. Nicht sehr lange. Hey, versuch's mit zielen! Alle erledigt! Gehen wir rein! Gehen wir rein! Aufmachen! Okay, wir sind drin. Zum Teufel sind die Peilsender. Sicherheitskameras checken. Leute da, die Peilsender stecken in der Kapsel. Stimmt. Wie sieht er aus? Wir könnten den Arm rüberschwingen. Hier ist eine Plattform. Probieren wir es. Drei. Da war es. Drei. 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 Drei.